Ich hatte euch ja im letzten Video den MDT Oryx Schaft vorgestellt, mit freundlicher Zusammenarbeit mit Gunfellows. Heute geht es an die Montage der Savage Mark II. Ich habe ihn hier bereits schon ausgeschaftet, wie ihr seht, in diesen Schaft hinein. Das Ausschaften habe ich mir erspart, euch zu zeigen, weil ich glaube, das kriegt jeder durchaus hin. Bei dem Oryx Schaft mit dabei haben wir eine entsprechende bebilderte Kurzanleitung. Hier steht zum Beispiel drin, dass wir das System über Kopf in das Chassis einbauen. Ich habe andere Videos gesehen von MDT Oryx Direkt, die halt etwas anderes beschreiben, nämlich dass wir über die Senkrechte gehen. Also wir fangen jetzt erstmal an und setzen das System ein. Ich habe mich davon überzeugt, dass die Waffe entladen ist. Also wie gesagt, wir gehen jetzt hin, wir nehmen den Oryx und stellen ihn in etwa in die Senkrechte. Dann nehmen wir unser System und setzen es entsprechend ein. Durch das Eigengewicht des Systems wird jetzt das System im Schaft schön nach hinten gezogen, was letzten Endes beim Thema vernünftige Arretierung und so weiter hilfreich ist. Dann nehmen wir die mitgelieferten Systemschrauben. Die sind bei der Savage Mark II in dem Moment gleich lang. Es gibt aber auch Systeme, die mit unterschiedlich langen Schrauben montiert werden. Da müsst ihr dann natürlich gucken, wie die Richtung des Einbaus erfolgt. So, festgezogen wird das ganze Ding mit ca. 60 Inch Pounds. Leider geht mein Vortex Drehmomentschlüssel nur bis ca. 50 Inch Pounds. Das heißt, wir gehen erstmal gucken, dass wir handwarm bei sind. Da muss ich mal ein bisschen Ellbogendrehmoment mit anwenden. Wir ziehen das Ding auf die 50 fest. Damit haben wir die 50. Und dann kann man hingehen und MDT bzw. Oryx gibt an, entweder 60 Inch Pounds oder nach Handwarm doch mal etwa eine Viertelumdrehung zusätzlich. So, wir haben ja schon 50. Das heißt, wir geben jetzt einfach nochmal ein ganz klein wenig Ellbogendrehmoment mit bei. Einfach nur, dass wir in etwa auf die 60 kommen und das Ganze möglichst gleichmäßig. So, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe vorne bereits eine Picatinny Schiene mit M-Loc für mein Fortmeyer Adapter montiert und den bringen wir natürlich jetzt auch schon mal an, dass wir unser Zweibein wieder schön montiert bekommen. So, damit haben wir den Fortmeyer Adapter und dann können wir unser Fortmeyer auch montieren. Und das ganze Ding ist letzten Endes montiert. Das Glas ist ebenfalls noch drauf. Ich habe es bereits schon mal ein bisschen voreingestellt. Ist ebenfalls genau so, wie ich es haben möchte, auch in der Höhe der Wangenauflage. Kleiner Kritikpunkt ist, und das wurde mir aber auch in den Kommentaren schon gesagt, auch bei der Savage Mark II muss man die Wangenauflage rausnehmen, um den Verschluss rauszunehmen. Bisschen unglücklich gelöst, hätte man anders machen können. Einfach ein bisschen weiter nach hinten oder was auch immer. Aber dem ist halt einfach so. Ich kann damit durchaus leben. So, letzten Endes wird die Savage Mark II in den MDT-Orix-Shaft eingebaut. Ist bei anderen Systemen wie einer 457CZ-Ticker und so weiter absolut vergleichbar. Ihr müsst einfach nur gucken, was mit den Systemschrauben ist, ob die unterschiedlich lang sind oder gleich lang und was Drehmoment betrifft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.